Lass uns kurz zum Beruflichen kommen. Du bist ja vor allem der jüngeren Generation, glaube ich, gar nicht mehr so sehr als Kabarettist bekannt, sondern vielmehr jetzt als Schauspieler. Großen Schauspielerpreis gewonnen jetzt. Was war das? War das der Grimme-Preis oder Goldene Kamera oder Schauspielpreis oder irgend sowas? Ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Alles ein bisschen, ja. Und du spielst jetzt auch die Hauptrolle in der neuen ORF-Serie Aufschneider. Da spielst du einen Pathologen. Also mir ist immer wichtig, dass ich sage, das ist etwas, das der David Schalke und ich zusammen geschrieben haben. Also es ist wirklich ein eigenes Projekt, wo ich ursprünglich mir gedacht habe, ich würde gerne mal einen Kinofilm über Pathologen machen. Und aus dem ist nichts geworden. Und dann haben wir uns getroffen, der David und ich, und haben gesagt, wir probieren das im Fernsehen. Das ist ja wirklich eine alte Idee von dir. Ich weiß, du hast vor ewigen Jahren, hast du schon erzählt, das ist das, was du nicht machen möchtest, irgendwie so einen Pathologen spüren. Am 14. und 16. April gibt es eine kleine Fernsehserie, kann man das so sagen? Es wäre ursprünglich eine Serie gewesen, 6x30 Minuten. Und wir haben aber dann im Schnitt gesehen, dass wir einen Zweiteiler 2x90. Also es ist nichts gekürzt worden, soweit die Mathematik... Und nicht, weil wir den Josef so mögen, sondern weil es wirklich so ist. Das ist eine wirklich dringende Empfehlung. Das ist fantastisch geworden, das Ergebnis wir sehen. Nämlich unter anderem auch mit Kollegen Oliver Bayer. Ja, und vor allem am 16. April, glaube ich, mit dir. Ja, ich spiele auch eine Rolle. Ich habe dich an die Wand gespielt, möchte ich mal sagen. Ich glaube, ist es wahr, dass du dich selber spielst, einen Sandler? Gut, wie auch immer, wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus. Der Aufschneider. Guten Abend. Frau Dr. Weniger, grüß Sie. Das ist überraschend. Grüß Sie. Ist der für mich? Nein, das ist für meine Frau. Ex-Frau. Darf ich Ihnen die Jacke abnehmen? Danke, ich bin nicht körperbehindert. Möchtet jemand Hausschuhe? Nein. Ich bitte. Die sind da drin. Ich weiß. Und, wie lange habt ihr schon was miteinander? Was? Ich meine, wie lange sind Sie schon zusammen mit meinem Ex-Mann? Ist das ein Geheimnis, oder was? Ich glaube, ich muss was klarstellen. Drei Monate. Was? Ich glaube, es sind jetzt genau drei Monate. Gell, Schatz? Na ja, das ist eh schon ein Zeitl. Das ist ja Blödsinn. Wir sind überhaupt nicht... Wir sind überhaupt nicht sicher, wie wir es rechnen sollen. Also vom ersten Kuss oder vom ersten Fick. Stimmt's? Das kann jeder rechnen, wie er will. Aufschneider mit dem Aufschneider. In dem Ausschnitt wurde leider gar nicht klar, dass du einen Pathologen spielst. Was interessiert dich so an der Pathologie oder an Leichenschauhäusern? Ich bin draufgekommen, eigentlich nur, weil ich irgendwann so eine Krankenhauskomödie gesehen habe, eine amerikanische aus den 80er Jahren. Die war nicht sehr gut. Die hieß, glaube ich, Hello Dog. Aber der Pathologe war super. Den hat der Harry Dean Stanton gespielt, der aus Paris, Texas, mit so einem Magenfalten. Bleich wieder tot. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht toll? Sowas würde ich gerne einmal spülen. Das war eigentlich die Grundidee. Ich wollte sowas spülen dann. Und dann habe ich Interviews gemacht mit Pathologen und bin draufgekommen, die sitzen immer in den Kellern der Krankenhäuser, sind die lustigsten Menschen im ganzen Krankenhaus. Also es steckt keine wirkliche nekrophile Neigung dahinter jetzt? Nein, nein. Die Pathologen beschäftigen sich ja hauptsächlich nicht mit Toten, sondern mit den lebenden Patienten, weil alle Gewebsschnitte, alle fragwürdigen Dinge, die operiert werden, schaut der Pathologe an. Und der ist dann der, der nur unter dem Mikroskop sagt, ist das Krebs, ist das nicht Krebs. Also es ist ein Mensch, der ständig so Entscheidungen trifft. Also du bist kein Gerichtsmediziner, also nicht einer, der nur Leichen aufschneidet, sondern du bist. Und in dem Fall bist du das auch, also beim Aufschneider. Beim Aufschneider bin ich der Chef von so einer Pathologiestation. Und es gibt ein gewisses natürliches Konkurrenzverhalten zu den Chirurgen oben, weil das sind die Stars, das sind die Gefeierten, die kriegen die Geschenkkörbe. Und der Pathologe kann aber nachweisen, wenn der Chirurg was falsch gemacht hat. Zu spät aber doch. Und diesen Gegenspieler spielt der Oliver Bayer, der wirklich, wir haben das eben vorher gesehen im Theater, und David und ich waren von vornherein der Meinung, wir wollen ihn unbedingt haben, weil er glänzender Schauspieler ist. Ja, kann ich bestätigen. Einmal im Theater gesehen, im Dreiraum-Theater, da hat er, glaube ich, Kafka-Stücke gespielt, auch ein fantastischer Schauspieler. Überhaupt sehr gute Schauspieler. Uschi Strauß spielt mit im Aufschneider. Bayer, du, ich. Alles gute Darsteller. Wie hast du den Sandler angelegt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Intellektuell und sehr... Fordernd. Ja, ja, sehr, sehr, sehr fordernd, sehr gut, ja. Das war ziemlich gut. Er hat eigentlich völlig selbstbewusst mir Geld aus der Tasche... Ja, das war nach der Szene dann nicht. Also es war eigentlich eine Forderung. Ich meinte die Szene, aber nachher auch. Aber es ist wieder so was, Aufschneider auch, was dir gefällt, nämlich dieses Wechselspiel zwischen morbid, tragisch, ernsthaft und lustig. Es ist ja lustig auch, Aufschneider. Es ist eher diese Sache mit tragisch und komisch, weil einfach so ein... Das ist so ein Umfeld, wo du dauernd mit dem Tod konfrontiert bist, aber gleichzeitig bist du mitten im Leben. Dann kann es dir passieren, dass aber plötzlich, wer hast, wen liegen in der Pathologie, der dir total nahe steht, was machst du dann? Und es gibt also eine Ärztin in der Serie, die plötzlich ein Vater da liegen hat und dann einfach sagt, er darf nicht angerührt werden, weder von ihr noch von einem anderen und will es dann sagen, wir müssen das doch machen, dann entführt sie ihn. Wie möchtest du gern sterben? Schnell.